Elm Akademie Deutsch als Fremdsprache 1. Inständig Das Wort inständig kann als eine höfliche und respektvolle Formulierung verwendet werden, um einen dringenden Wunsch oder eine dringende Bitte auszudrücken. Ich bitte Sie daher inständig, mir das Geld so bald wie möglich zurückzuzahlen, da ich keine andere Lösung gefunden habe. 2. Dringend Dringend bedeutet, dass etwas schnell erledigt werden muss oder eine Situation sehr ernst ist. Einige Beispiele könnten sein. Bitte rufen Sie mich dringend zurück. Ich benötige dringend medizinische Hilfe. Wir müssen dringend handeln, um das Problem zu lösen. 3. Eindringlich Eindringlich bedeutet, dass jemand sehr nachdrücklich auf etwas aufmerksam macht oder etwas betont. Einige Beispiele könnten sein. Der Arzt sprach eindringlich darüber, wie wichtig es ist, regelmäßig Sport zu treiben. Der Lehrer forderte die Schüler eindringlich auf, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Die Rednerin sprach eindringlich über die Wichtigkeit des Klimaschutzes. 4. Nachdrücklich Nachdrücklich bedeutet, dass etwas mit besonderer Betonung oder Energie ausgedrückt wird. Einige Beispiele könnten sein. Der Chef drückte nachdrücklich aus, dass die Arbeit bis zum Ende der Woche erledigt werden muss. Die Politikerin betonte nachdrücklich ihre Unterstützung für den Ausbau erneuerbarer Energien. Der Anwalt forderte nachdrücklich, dass sein Mandant freigesprochen wird. 5. Ernsthaft Ernsthaft bedeutet, dass etwas sehr wichtig oder bedeutsam ist. Einige Beispiele könnten sein. Ich meine das ernst, wenn ich sage, dass wir das Projekt bis morgen abschließen müssen. Die Ärzte erklärten, dass der Zustand des Patienten ernsthaft ist und dass eine Operation notwendig ist. Der Präsident sprach ernsthaft über die Bedrohung durch den Terrorismus. 6. Inbrünstig Inbrünstig bedeutet, dass etwas mit großer Leidenschaft, Hingabe oder Intensität ausgeführt wird. Einige Beispiele könnten sein. Der Musiker spielte Inbrünstig auf seiner Gitarre und zog das Publikum in seinen Bann. Der Aktivist kämpfte Inbrünstig für die Rechte von Flüchtlingen und setzte sich unermüdlich für ihre Belange ein. Der Autor schrieb Inbrünstig an seinem Buch und verbrachte Stunden damit. Jedes Detail zu perfektionieren. 7. Flehendlich Flehendlich bedeutet, dass jemand eine Bitte oder Bitte mit großer Dringlichkeit oder emotionaler Intensität vorbringt. Einige Beispiele könnten sein. Die Eltern flehten flehten flehendlich den Arzt an, alles zu tun, um das Leben ihres Kindes zu retten. Der Student flehte flehendlich den Professor an, ihm eine Fristverlängerung zu gewähren, da er krank war. Der Mitarbeiter flehte flehendlich den Chef an, ihm eine Gehaltserhöhung zu geben, da er mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen hatte. 8. Ungeduldig Dass jemand keine Geduld hat oder aufgeregt und unruhig ist, weil er oder sie auf etwas wartet oder etwas erledigen möchte, der Schüler war ungeduldig und konnte es kaum erwarten, die Ergebnisse seiner Prüfungen zu sehen, die Passagiere waren ungeduldig und fragten sich, warum der Flug Verspätung hatte. 21. K Refine 22. K Außerdem 35. Kолет Vielen Dank.